Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Wo muss ich lang? Au, au. Warte, ich kille nochmal ein paar von euch, dann krieg ich wieder ein bisschen Leben. Ja? Danke. Ah ja. So. Hier entlang. Ja. Das ist auch die falsche Reichtung. Tschüss! Wo war er denn nochmal? Er ist auf jeden Fall in diesem Gebietsgedöns gewesen. Aber wo? Wo? Gehen wir nochmal hier lang? Es kann sein, dass wir irgendwo runterfallen mussten. Ich bin übrigens verirrt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Falls jemand fragt. Okay, wir sind wieder hier. Das ist falsch. Oh, Mann. Wir sind an ein Gebiet gekommen, wo wir noch nie waren. Das ist auch gut. Guter Sprung. Steinschlüssel kriegen wir dafür nur noch mehr. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Sollen wir hier runter? Hier sind wir ja gerade runter. Ich bin echt... Ich bin heute ein bisschen lost. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Ich würde mich gerne teleportieren, weil ich glaube, ich weiß wieder, wo wir hin müssen. Aber wir können auch den Weg versuchen, zurück zu gehen, aber... Oh ja, okay. Ich glaube, wir mussten tatsächlich hier landen. Ja, 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 ja. Jump secret ahead. War das hier? Ich glaube, hier war er, oder? Oder? Ja, ja, hier war er, genau. Ich hoffe nur, dass er jetzt auch wieder hier ist. Genau. Hier war sein Gefängnis. Oder ist er, der gute Herr? Hallo? Na? Na? Ich glaube, ich glaube, ich bin sehr, bei mir. Ich glaube, ich glaube, dass er jetzt... mit ihren Kindern... ...siidenerinnen... in der tage bursche dem fluch des saatbeetes einsetzen yes und Ja, dann sag ich wieder das Gleiche. Haben wir jetzt den Flug des Saatbeets eingesetzt auf ihn? Haben wir die noch? Ne, ich glaube, wir haben ihn alle gegeben, ne? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir hatten, aber jetzt sind alle davon weg. Fabri-Traube müssen wir auch ein Ding ins geben. Wir haben so viele Sachen, wo ich nicht weiß, was wir damit noch machen können müssen. Aber ja, das haben wir gemacht. Okay. Das ist sehr gut. Gut. Gehen wir so da wieder Gnade und gucken, was die rote Version von ihm sagt. Ja. Dubidubidu. Schubidubidu. Oh. Er ist nicht mehr hier? Schubidubidu. Okay. Ich würde noch mal zum... Äh... Auf mal Licht an. Piep, 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 piep. Und... Jüpf. Keine Mäuschen. Ist da Giftus Maximus. Der Zauber. Und dann gehen wir hier ran. Da ist auch einfach so ein schöner Ort. Generell, die Hubs in den Souls-Games sind immer super, super hübsch. Auch... Am besten finde ich es in Demon's Souls. Im Demon's Souls Remake. Holy shit, sieht das gut aus. Okay. Äh... Gibt es da nichts mehr zu machen. Erstmal... Äh... Was hatte ich noch? Äh... 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 Genau, 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 genau. Wir hatten noch... Wollte mal gucken, da wo die drei Finger sind. Ich weiß, wenn jetzt wir so auch an Fallschaden sterben. Aber... Okay. Äh... Äh... Da dachte ich ja, dass es nicht weitergeht. Und wir haben ja diese Notiz aufgehoben. Aber wir können mit der Notiz gefühlt nichts anfangen. Gehe ich gerade richtig? Nee, oder? Doch, ich gehe richtig. Alles gut. Wir hätten noch einen Reisepunkt weitergehen können. Wie heißt denn der Reisepunkt hier? Kathedrale der Verlorenen. Okay, 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 okay. Weil hier haben wir ja auch noch ein Question. Ein bisschen... Eins... Zwei... Jetzt kommt wieder das Problem, ne? Erstmal hier dann... Ja? Das wird noch ein paar Mal passieren. Ich... Dieses Jump'n'Run hier ist echt... I don't know. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Da können wir eventuell auch einfach durchrennen. Ich glaube, durchrennen ist gar nicht mal so gut. Jump'n'Run? Ja. Jump'n'Run richtig ist es ja jetzt nicht. Aber... Ne? Ich glaube, man weiß, was ich meine. Äh... Mit einer Rolle. Okay. Ähm... Hier lang. Hier lang. Na, ein bisschen zu weit. Gott! Nochmal! N-m-m-m-m! M-m-m! N-m-m-m-m! war es überhaupt richtig nicht blöd? ich glaub ich bin blöd sind wir da nicht eben rüber geholt? ist das doof hier meine ruhen von mir aus von hier aus geht es halt nicht irgendwie weiter deswegen müssen wir hier lang da bin ich eben doch rüber gerollt oder nicht? bin ich blöd? bin ich gejumpt? anscheinend das ist der schwierigste glaube ich gewesen ja das ist der ruhig das ist der ruhig das ist der ruhig ist der ruhig Danke, Caster. Ich höre die Musik zwar nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie die musikalische Untermalung gerade ist. Okay. Okay. Ja? 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 von hier ist halt echt kacke vielleicht versuchen da hinten zu landen das geht aber ich bin sehr blöd übrigens da dauert jetzt ein bisschen das ist halt nicht meine stärke und das ist auch ein bisschen blöd gemacht hier im spiel bin ich zumindest so hier lang hier so ein bisschen zu weit gesprungen hier wo ich jetzt hängen geblieben das ist echt blöd gemacht das schaffen tue ich das schon hat ist jetzt nicht die frage die frage ist nur wie lange ich dafür brauche